Aber Schrott-Schnabel ist eigentlich so mit der einfachste, ne? Finde ich. Mhm. Einfach ne Hafti dran. Ja. Hafti oder einfach Dynamit rein. Dynamit macht aber zu wenig Schaden, finde ich. Joa, es kommt drauf an, welche du hast, ne? Wenn du die 110er hast. Wenn du ne Hafti machst, dann hast du über einen halben, äh, macht... Ich weiß nicht mehr, wie viel Schaden ist. Das Wochenende, müsste ich überlegen. Boah, es ruckelt das denn. Es ruckelt, ja. Mhm. Irgendwas ist komisch. Hinter dir ist ein Zombie. Äh. Sei mal reinkommen. So, Hinweis hab ich aufgedeckt. So. Hier ist ein Perk. Okay, cool. Ah, super. Ah, ich kann gar nicht richtig markieren, ne. Ist verzögert, warte mal. Ich hab'n Shader hier an. Das Spiel geht ja immer grad gar nicht. Ja, manchmal hat das ein bisschen Delay oder so, aber... Bei uns läuft's in letzter Zeit sehr stabil. Wir finden das auch schon mal ganz oft. Boah, ich hätte das nie. Ja. Und ich würd' sagen, da lang, oder? Jo. Bin grad am gucken, ob ich... Boah. Ah, Alter, jetzt... Mal ganz grafisch gucken. Vielleicht übernimmt's irgendwas nicht überall. Mit was zu ner Möhre zockst du das? Was? Äh... Spiel? Ja. Äh, wie jetzt? Mit welcher? Ne, äh, mit was so nem PC? Älterer, oder? Ah, ah. Keine Ahnung. Ach so. Ich bin eigentlich nicht so nem PC-Fan. Ich hab' mir den nur zum Stringen geholt. Aber ein guter. Hm, okay. War aber keine Ahnung. Ah, alles klar. Aber ich kauf mir nix mehr für nem PC. Hab' den dreimal schon kaputt machen lassen, weil ich hatte keinen Bock mehr auf den. Oh. Äh, ich steck' lieber nur noch Geld in Autos. Ach so, ja, okay. Oh, verständlich. Ja. Je nach Hobby, je nach Prioritäten verschieben sicher. Ja. Eine Zeit lang war zocken cool, aber das ist mir das relativ. Mhm. Hauptsache, ich kann zocken. Ah, ja. Aber du spielst ja immer noch trotzdem regelmäßig, ja? Ja, so wie die Motivation ist. Mhm. Am Wochenende bin ich am meisten immer feiern und das ist jetzt auch, weil mir ist alles verzögert, weil ich hab' von ner Party gekommen. Dementsprechend ist das Denken auch ein bisschen, äh, präger. Was war'n das denn, ne Party? Ja, ne Privatparty, halt. Ach so, okay. So saufen, halt. So viel. Pflegen. Natürlich nur Wasser, ne? Ja. Brustisches. Wasser. Ah, okay. Ja. Ach, ich komm' nicht so hoch. Oh. Vielleicht sollten wir weniger schießen. Weil wenn die schreien, dann locken wir. So viele Gegner an. Einmal an mich überlegen. Wollt'n der Anderen, weiß? Gut. Okay, da. Ne, dicken kann's aber, der, äh, der tut weh. Äh. Und hinten ist auch noch ein, ähm, Munitionswagen, ne, falls wir was brauchen. Oh. 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 Warum hast du hier rüber geschossen? Das, ich hab' ich aus Versehen, nicht mit Absicht. Sorry. Okay, sehr gemälo. Let's go. Ich hoffe, ich hab' dich nicht getroffen. Ne, ist nur ein Fass hinter mir explodiert. Und zum Glück weit weg. Hier ist noch ein Munitionswagen, falls er irgendwas braucht. Also, ich hab' ja noch gar nicht geschossen. Deswegen. Noch gar nicht. Ne, ne, ne. Über zwei Zeit. Ne, ne, hier ist eine Kasse, ne? 100 Dollar. Oh, sehr gut. Ich mein' ich wollte gerne den Boss machen, doch. Ich bin einer, ich mach' das immer recht zügig, aber dementsprechend auch, wie die Situation ist, so. Ja, aber ein bisschen Spaß muss ja machen, ne. Ein bisschen ballern. Jaaa. Gut, jetzt wird er gemacht. Bah, es macht es ja, aber... Ja, jeder hat so seine Spielweise, ne? Ja, weil das ist nicht so cool, äh, in niedrigen Level so viel zu verlieren. Weil ich meine Waffen wieder brauche, die ich gern spielen möchte. Ah, kauf mal neue. Äh, ne, ich hab' die noch gar nicht frei, deswegen. Ach so, okay. Entsprechend. Und deswegen muss ich den letzten Schuss mit meiner Waffe machen, damit ich die Erweiterung bekomme. Ah, okay. So, vor uns sind auf jeden Fall Gegner. Ja. Ah, jetzt geht's so langsam wieder. Jetzt läuft's wieder flüssig. Sehr gut. Ja, irgendwie stand da, ähm, der Anti-Cheat oder so ist nicht installiert oder Komplikationen Genau. Oder Wartung ist gerade da und deswegen ist das so blöd hier. Ja, Anti-Cheat muss installiert sein, genau. Das hatte ich auch mal deinstalliert aus Versehen und... Ja, im Tastenmanager habe ich das aus Versehen beendet. Das reicht schon aus. Hm. So, dann holen wir uns jetzt die Gegner. Hoffe ich doch. Äh, hm. Hm. Ah, der andere Boss ist mir zu weit weg. Wenn andere machen wollen. Der ist da unten bei Pitching. Hm. So. Hm. Sind wir schon nicht da drin? Ah, warte ich kann... Spielen wir auch in Europa-Server oder? Europa-Server, ja. Irgendwas habe ich an meinem PC verstellt, das nicht gut ist. Und ich gleich mal kurz gucken. So, ja, jetzt wissen sei eh, dass wir hier sind und ich habe einen Schuss abgekommen. Okay. Cool. Alter. Das Einzige, was bei mir geschossen hat, war nicht die Zombies. Nee. Das ist ja das Problem, wenn die schreien. Dann merken sie. Ich schleiche mich immer gerne an, also... Hm. Na, wie möglich. Und dann gucke ich halt erstmal, was für Waffen die spielen, so. Okay. Weil es böse, wenn sie mit einer Romeo drin stehen. Dann habe ich keine Lust da rein zu gehen. Ja, manchmal tut das weh, aber... Das macht ja auch den Reiz ein bisschen aus, ne? Ja. Das ist halt... Muss man immer gucken. Als das Ding ist, ich spiele meist Volt-Liga mit. Wenn überhaupt. Als dann natürlich anders. Nicht gewohnt anders zu spielen. Hm. Ja, genau. Ich weiß, wo sie sind. Oben. Oben, ja. Ja. Hit. Ich treffe nichts. Ich hoffe, der brennt da oben, weil ich eine Lampe getroffen habe. Oh shit. Boah. 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 Nein, ich bin vergiftet. Ich sehe nichts mehr. Der eine kriegt Schaden hier drin. Ach, er hat mich. Ich bin so schlecht heute, ey. Ähm. Erste Runde ist immer scheiße. Ja. Wird aber auch besser. Nicht besser. Ah, er hat mich geblendet, die Sau. Lauf im Zickzack. Ah, ich bin am Boden, aber ich glaub meine... die andere auch. Also, die Gegnerin. Lebt er noch? Lebt noch. Ah, warte mal. Hat die Lighting left? Ja, ist sehr gut. Okay. Äh, hol mich wieder, ich brenne. Das wird ein bisschen heiß unter dem Popo. Jo. Äh, das ist so ein... ärgerlich. Ich fahre am Brennen. Ach, endlich am Brennen. Hä? Ja, ich liege da auch noch und schlafe. Ja, er hat mich voll vergiftet. Ja, was natürlich krass war, die hat so eine Blendgranate geworfen, aber die war so gut geworfen, das habe ich noch nie erlebt. Ja, so. Ja, er muss einfach nur, äh, dich wegdrehen. Oh, warte mal, ich höre wieder einen. Hier oben. Aua. Äh, bei mir kommen die Schüsse nicht an. Okay. Genau da drin. Mhm, das ist die Frage. Irgendwas stimmt hier nicht. Ich versuche mal von innen ranzugehen. Oh, das ist ja wieder ewig langer Aufweg hier. Oh, der wackelt dich wieder an hier. Ja. Ach ne, er hat dich gar nicht getroffen, gut. Ja, aber auch. Ich weiß nicht. So, ich hoffe ja, dass, dass ich... Oh, noch einer. Wer auf mich jetzt schießt, kommt aber wieder ganz woanders hin. Ich glaube, hier sind mehrere, kann das sein? Ja. Die sammeln sich so langsam da. Oh, das war nix. Hä, mein GeForce? The Rebooting your PC. Okay. And then launch GeForce. Was ist das denn jetzt hier? Kann mein GeForce nicht mehr öffnen? Rebooten, was sind das? Das ist wohl, ich hab noch einen. Ah, sehr gut. Vielleicht, äh, Update gemacht, oder? Ne, ich komm da gar nicht mehr rein. Hä? Nein. Dementsprechend auch die, äh, Bugs und alles. Aber da sind auch welche, von da... Da irgendwo wurde ich auch geschossen. Ja, ich hab auch einen Schall... Ich glaube, mit Schallernfahrt da auf mich geschossen. Ja, wichtig. Du hast schon zwei geholt, das ist gut. Ja. Das ist auch nicht gut. Ach, schon wieder, ey. Wo ist der denn? Jetzt waren wir am Ohr vorbei. Ich höre immer nur, wie es an mir vorbeifliegt. Von hinten kann er nicht sein. Du meinst, jetzt würde ich von hinten... Naja, irgendwie seltsam, ne? Ich sehe kein... Fenster ist auch keiner. Warte mal, Alter, jetzt bin ich am Boden, aber ich weiß nicht von wo. Ich glaube, der... Von da oben, glaube ich, oder? Ah, ne, da unten ist er. Ja, du hast ihn einfach... Jo, du hast ihn, sehr gut. Alter, Killer, ey. Okay. Ja, ich guck mal... Oh, shit. Warte, äh, sind ja noch welche. Ja. Oh, Alter, und es schießt immer noch einer mit, ähm... Ähm, sind die gut aufgestellt, ey, das gibt's ja gar nicht. Also eben der, der den fetten Schuss gesetzt hat und dann sind eben wieder Schalldämpfer an mir vorbeigeflogen. Und... Ah, jetzt gibt's auch gar nicht, sag mal. Hm, jetzt funktioniert's wieder. Ah, sehr gut. Mein Nvidia-Dings war nicht im Tastenmanager aktiviert, dass die laufen dürfen. Für Grafik und so. Ach so, GeForce Experience oder... Ja. ...Ding da ist. Du liebst doch Attila, ne? Ja. Ja, 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 aber ich werd auch... Lauf in Zickzack. Wenn... Oh, scheiße hier. Wir müssten dich ja auch irgendwie wiederbeleben. Ja. Ja, wär gut. Ich probier's mal. Ich hab mal einen Gegner gelootet. Mit mir einmal... So, lauf. Dann mal hier. Ja. Jo, danke. So, jetzt... Also, es kommt ein bisschen noch verzögern drüber. Aber... Kannste klappen. Okay. Oder sonst müssen erst die Anstellungen... Können wir... Jetzt ne Trophäe und gucke, wo die sind. Ja, ich hab auch eben da einen gelootet. Er ist hier unten. Oh. Okay. Kann mit den Waffen nicht spielen, ne? Ja. Er ist hier unten dabei. Scheiße. Muss er da wieder rausgekrabbelt sein? sehr gut ja die schüsse die kommen nicht an ich habe voll die verzögerungen drin ich habe schon geschossen und dann höre ich ihnen irgendwann schreien und irgendwann kam der hit an wo ihr drauf ist aber noch einer irgendwo hinterm haus also wenn ihr euch jetzt eine trofäe nimmt ich starte gleich noch mal pc neu übernimmt er die einstellung besser okay machen die einladung ist es jetzt dauerhaft das gott ja aber dann können wir abhauen ja da hinten sind gegner genau das genau hier unten geradeaus durch der läuft hier mal ich mal gucken theoretisch zu dritt jahren benutzt sich alle drei platten gemacht aber ich habe noch anderthalb halten hast du ihn? ja sicher oh ja er hat ein säbel gefällt mir wir können raus okay dann können wir jetzt raus oder? ja okay ich will noch mal ein bisschen ich habe den jäger noch mal ausgeraubt aber der hätte nur eine verbanntasche besser als gar nichts er hat hier eine verbanntasche wieder zugegeben hat weil er es eh mitgenommen hat ich habe ein schwert mitgenommen säbel ja im nahkampf ist das schon gar nicht so verkehrt ne? ja man muss das halt spielen können ja ich habe auch schon ganz oft leute gehabt die im nahkampf auf mich zugekommen sind und dann war's das ja da muss man so zickzack laufen so warst du das? ja alter klingt fett mit der rome wenn man das ja genau das war das ja geht aber auch schnell dass man sich selbst blendet deswegen oder teammates man muss die werfen und dann einfach so umdrehen schnell dann kriegst du nix ab das wollte ich aber effektiv nur nicht wenn da drei teams sind mit äh kot darum laufen und du wirfst das einfach dahin und alle laufen verblendet darum dann hast du nur schüsse 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 und dann fällst du einfach nur um pro hunde adolf pilzkopf so einen muss man melden hm? der heißt adolf pilzkopf achso ok aus gründen weiß man ja naja genau ein bisschen rechts verblendet ja ich hatte letztens auch einen da hieß äh lecken im puff ich hab den direkt gemeldet das sind namen die darf man nicht nehmen ja das war erste gute runde wie viel gegner waren das jetzt vier oder so ja also es sind immer drei leute meist also zwei teams oder so ok hoffen wir mal dass hier keiner mehr ist wie viel schuss hatten die äh ist ne ein schuss oder zwei schuss ein schuss du musst jedes mal nachladen ja aber das ist nix für mich äh aber gestern hab ich das mal versucht so aber ne ist richtig geil oh applaus applaus abonniere ich mal auf abonniere ich mich 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 Untertitelung des ZDF, 2020